ja nur anderthalb Stunden Aufnahme sind mir vor mir glaub ich jetzt ja ungefähr anderthalb eine Stunde sind von ihr also eine Stunde 30 Minuten ungefähr na ja und ich weiß nicht ob die Aufnahme immer noch läuft oder nicht das wär wirklich sau doof nämlich die Aufnahme irgendwie weil ihr die Absturzprogramm abstürzt oder ach guck mal so und das hier tu ich mal äh schlechtes Item Management ich weiß aber hm was will ich denn machen hey das wollte ich auch noch scheiße weil ich am nächsten Tag machen weil ich war ein bisschen zu langsam für so ney Menzi Benzi Menzi ich hasse dich so also wir gehen jetzt mal rein möchtest du hier bisschen pennen gehen anschließend ist eine Reise mit ja passt doch Saatmichster Iridium Sprinkler hmmm Fertilizer Quality Fertilizer hmmm bisschen Casual Clay ja doch 16 und 72 Euro was ist in diesem Jahr eigentlich passiert der 30 jährige Kälter ist ja schon einige Jahrzehnte her so dreieinhalb Jahrzehnte ungefähr um ja 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 Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ist denn eigentlich gepflanzt worden? Scheiße, Mann! Alzheimer-Gedächtnis. Hätte ich doch einen Tag lang warten sollen. Na, egal. So. Ach, weiß jetzt. Hier auch noch ein bisschen. Der Geruch der Pilze. Hallo. Manchmal bin ich immer ein bisschen schneller als mit der Taktatur mit der Maus hier. Wir sind alle aus Wasser. Nein. Ja. So. Liesst du noch einmal gießen, dann wäre... Na, und so. Huuup. Einen anderen Rand schenke ich dir, Herr Bürgermeister. Pierre. Mein Freund, Pierre. Oh, Pierre. Oh, Pierre. Warum stört du? Ihr OBG. Sie ist mein Seelenheit. Sie macht mich ungeil. Sie macht mich ungeil. Oh, Pierre. Oh, Pierre. Oh, Pierre. Mein lieber Pierre. Das machst du hier. Ich zähle noch bis vier. Dann verschwindest du von diesem Platz. Oh, ich wird die reinste Hatz, wenn du nicht von mir abhaust. Und mir dabei noch nicht mal mein Geld klaust. Pierre. Oh, Pierre. Mein lieber Pierre. Ähm, ja. So. Klassenfahrt. Habe ich mir mal auf der Klassenfahrt erzählt. Dann wollte ich in den komischen Laden, in den Betriebsferien und ne, dass er Bus fahre. Ich mach mal zur Sicherheit einfach nur was ich kann. So. Ähm, ja. Ich hatte gestern noch irgendwie überlegt, ob ich reden könnte. Aber ich... Hab ich wieder das Thema vergessen. Ich schreib mir eh nicht auf. Am Ende halte ich mich nicht an das, was ich mir aufschreibe. Das ist ja blöde. Ich bin immer so spontan. Ja. Ist ja nichts von mir auch nichts dran. So. Hm. So. Vollgemacht. Damit können wir jetzt weiterleben. Wie viel hast ich schon? Also Krähen in Socken-Saison ist anscheinend nicht mehr. Irgendwann bröseln die Zäune auch aufeinander. Hab ich mir gelesen. Steinzäune sollen länger halten. Ja, gießen. 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 Zum Gemeindehaus und wohnt, äh, ich guck mal. Pantry, Fallcrops, Mais, Dip, Dup. Hm, das könnte ich auch nochmal machen, wenn ich mal dabei bin. Wo bin ich denn das? Einmal, einmal Smashing Pumpkin. Äh, Dup. Man wird mal in zweifacher Ausführung. Also, und, ähm, hab ich schon hier eigentlich, ach, Maisbrot. Und, was brauchen wir mal? Also, Kürbis. Ach, Eckblatt, hab ich ja nicht Eckblatt irgendwo. Hab ich wahrscheinlich vertickt, ne? Nee. Ich mach mir in einfacher Ausführung. So. 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 Ja 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 Warte mal, hab wir hier? Cozakion Vandal Ne, warte, wo war das denn mal? Ich muss mal mal gucken, wo das immer war Woll, Klobs Na? Und? 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 Und Eierpflanze, die Aubergine Na? Na, wie wird Wie wird Wie wird Wie wird Wie ist das? So, jetzt wird es natürlich, weil wieder ... Ich guck mal während der Zeit kann kann ich die Katze, kann ich das nicht Einstwwalt, 30 Minuten So Obby Except Winter Obby Obby Ein McHain Bee eine Flieger und ich habe mir der Steine vergessen Steine 99 Luftballons am Horizont einer wurde abgeklärt dann war es spät zu bald und Prozent Prozent für Chains toll ich habe ich natürlich ich wenn ich Arschtur ich habe gedacht man kann da nicht was super Riesenscheiße große Klasse Mann wer mich um die Führung hat ihm die erne ermer gemacht ein paar tausend Euro ermer gemacht Riesenscheiße Klasse Mann und ich weiß gekauft was ich nicht kaufen wollte und große fette Klasse Mann Riesenscheiße Klasse Mann ganz große Scheiße Klasse Mann guck mal Herr Pierre hier also Entschuldigung an die Abby hier hier ich wollte verkaufen Mann ich wollte das nicht man ich bin hier verpeilt ich bin einfach nur ein Arschiges Schwein Riesenscheiße große Klasse Mann Riesenscheiße große Klasse Mann also auch noch was ich verschenkt Pfff boah Scheiße Scheiße hier nein 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 Pfff das kannst du doch nicht mit mir antun hab ich wirklich darauf geklickt ich hab gedacht man kann da nicht drauf kriegen und ich wollte einfach mal gucken und mal gucken und dann so Pfff wie auch ist oder in der Woche und er ist an die weiße Wort gemacht Mann im Wissen mit Hannibal die gesiert Joa ihr sagt in ihr eigentlich scheiß vergrügt er ja Schokoladenkuchen toll für Kölger hier Kek Weger Kek Prozent die Kürbisse der Einwahl Körbisse Prozent Eitelmanagement ist ja natürlich unglaublich scheiße ja Wohin wir die Rolling Stones Hallo Steinies Steinies haben wir noch irgendwie hab ich die alle hier weggeworfen oder was? Bin ich doof oder mhm? Na Weiß dann immer ein paar rollende Steine Ich guck mir grad Lalalala Hab ich die? Doch hier Ich dachte schon ich hätte die alle immer doof hatt weil ich sie eigentlich gar nicht brauche Da ärgerst mich jetzt aber wirklich Ich ja Ich hab gedacht man kann da nicht eh Also Putsch Mag ich aber hintergucken Stecken Dann Hab mich das Spiel jetzt einfach richtig fett getrollt Boah Boah Bus Repair Du kriegst keinen Bus Repair Solange du hier Die ganzen Wundels hier nicht alle durch hast Krieg Dann kriegst du gar nichts zurück Glaube ich zumindest Bus Repair Ja dann mach mal Bus Repair Ne wo war das hier doch Ich glaub das war hier ne Äh Adventure Was machen wir hier? Airzone Was war das hier? Ach hier Airzone Ja genau Ja dann geh ich mal jetzt Wo war denn das eigentlich nochmal? War das hier oder? War das Fischtank Ah da der Fischtank Der Fischtank hat nen großen Gestank Ne Ne Hab ich hier War das eigentlich nochmal? Mann Ich bin so doof Ja das sind ja die Cops Pantry Ocean Fisch Überfisch Bunker Bunker Bulletin Bunker Neuer Artisane Quality Spring Cops Tolle große Gäste man Construction Bundle Craftsroom Handwerksraum Ich habe hier diese Wohl dieser Bunker genau Weil hier für die Weisbrüche und hier ist die Feuerwehr zwischen Tänk für Fischten er habe ich hier ein Land mit dem ich muss ich sagen der Handwerksraum über Pantry ein Wendel Handwerksraum ich glaube es kommt noch oder ist das hier oder war das Adventurer also Abenteurer und dann nee da muss ich hier irgendwo anders machen ach was ist er gut Frust fressen ja guck mal du mit der Brille hier du mit der dicken Brille mit einer Stärke von plus 57,9 Dioptrien die Gläser sind doch garantiert 20 cm dick man sieht das nur nicht You got a dick a dick dick a sick dick ne lachen störe nicht man zählt ist mir doch wurscht langsam pisst du mich auch mal auf wirklich Anliegen und Torwart da bin ich aber mal pünktlich die Deutsche Bahn die ist überpünktlich die Deutsche Bahn endlich erwische ich mal dich ich hab den richtigen Riecher der fährt aber ganz schnell 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 aber sind keine Geoden mann hallo hallo gibts immer wieder hey gib doch einen armen alten mann bisschen was mann gib mir doch mal und nimm mal hier ihr fahrt mich nicht ab ihr darf alles behalten und ich muss hier immer alles ja 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 mal die guten ne ist doch unnötig tut ja 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 toll hab ich nichts bekommen wie dass blibes dich dich sofort glibes du dass du 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 auf du Pierre, you're on my mind. Oh, Pierre. Oh, Pierre, you are on my mind. You are on my mind. Love it two times. Love it two times, baby. Love it twice today. Hallo? Ich kann ja gar nicht abhauen. Naja, ist auch Wurscht. Obwohl, naja. So, hab ich mal ein bisschen da. Ähm, ja. Ich hack's hier mal mit ein bisschen Scheiße hier weg. Vielleicht in der Hoffnung, dass ich ein paar Erbse, Erbse, Erze hier bekomme. Erze hier. Oh. Uuuuh. 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 Bedichtige, andichtige Höhlenmusik mit einem Fender Rhodes Piano eingespielt. Fender Rhodes. Down the road. Down the road, down the road, down the road a piece. Hallo? So. Eine Diode hat natürlich Feuerabend, ne? Da. So. So, dann gehen wir mal hin. Da. 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 Die Schleure prone. Tor. Ich bin jetzt aber noch an. Ich will natürlich nicht gleich nach Hause kommen. $3. Du kannst mir doch mal wegmachenarth. Ja- Oder doch einen Weg. Aufíralber, einfach mal weg. gibt diese mit neunhunderten Euro oder kann man jetzt auch nicht so mehr wie wird anfangen bisher wohl das letzte das aller hinter 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 letzte was für der ich über er unter und ja ab zum start-up-saloon kümmerzimmer die Sonnenblume, ne kann man nicht so, also hallo Freunde Busfahrerin gibst du auf Alkohol zu saufen umba umba oh Gott gimme an der Bind of your strongest Alkohol 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 нрав ist Skit Werk ich brauche das Geld ich brauche das Geld ich brauche das Geld und die Pilze die Auge war ja Schöne 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 Pilze eine gesunde, nahrhafte Geldquelle so so und die Geode mal wieder ja ist doch mal scheiße hier eigentlich also Kupferort so so Kupferärzt da 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 hier ich bin ich bin ich bin aber ich bin die ganze Tag ich habe mich überhaupt nicht geschaut die Geiche sind heute ziemlich guter gut das hätte ich aber verpasst ich habe vergessen Ich werde morgen den ganzen Tag regnen. Ich habe gerade noch erwischt. Oh, Ramp. Du gehst mir auf Rentenband. Ich habe wenigstens 1044 Euro. Ich habe mein Glück gehabt. Danke. Ich werde morgen den ganzen Tag regnen. Ich werde morgen den ganzen Tag regnen. Heute sind die Geister wenigstens mehr drauf. Nämlich aus Versehen, aus Versehen. Soviel knediger. Rausgeschmissen mit diesem Wort. Das haben wir nur so richtig einen gezahlt. Na dann können wir aber richtig gut drauf. Nö. Es ist ein kleiner Haus. Wir haben dich auch. Ich werde dich auch. Ich werde dich auch. Ich werde dich auch. Ähm, ja. Hm. Die Höhlen kann doch heute. Das Itemmanagement ist ja wirklich scheiße geworden. Äh. Holzi, Holzi! Ja. Ähm. Pfff, ja. Tja. Äh. Prozent und er die kann ich auch für die Mühle sammeln ich bin geboren müssen gestern ich weiß nicht aber er bekommt immer hier ob wir ihre Umbrüche und ihre Flucht sie über sich an der Reihe aus erlaubt wer gibt's nix zu pflücken er gibt es auch nicht zu pflücken aber vielleicht hier gibt es auch nicht zu pflücken wenn die Skirche ist ja natürlich toll anzuhören wir wollen haben die Hühner was zu fressen oder haben sie nicht Hühner wollen fressen bei Regenwetter natürlich nicht für Eier der einen Hohen aber auch ein ganz dickes Ei gelegt Big Ball Large Egg sieht ja schon fast genauso aus wie diese Geo oder nur das Geo oder ein bisschen größer ist ein Steinall Lodge er ist natürlich obwohl ja Maru Molle Molle ist natürlich auch nicht so mit dem ganz klassisches Musik Instrument das darf man natürlich nicht vergessen Hallo so und das Teicheln Large Egg so Qualitätswaren rein wo du hast warte warte mal so mit 1967 oh kannst du natürlich nicht so wirklich viel machen so dann machen wir das hier noch nicht weg weil wir brauchen ein bisschen Holz holzi holzi für später wenn wir noch einen tollen Zaun bauen wollen wir machen einfach eine Mauer um Donald Trump herum und um dieses Spiel natürlich auch wir nehmen es da die Rallye und schieben es einfach woanders hin und Junge Bäume sind zum sterben gedacht und zum schlachten hallo äh ja so Steine so 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 und die Steine wachsen natürlich auch noch nach das ist ein bisschen kurios du du ihr Bäumchen ihr habt hier nichts verloren b 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 hallo b ja b ab b b im Land wo ich noch reden könnte ja 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 und gleich ist es bleibt hier kann man natürlich nicht durchlaufen doch hier pflanzen aber irgendwo anders ein nämlich unter anderem doch hier und wieder mal und hat er jetzt die wachsen die Bombenstimmte auch einfach so nachdem da ich weiß es nicht so und Stimmfe Stimmfe Stummfe Stumm zu nicht scharfsinnig Hartmut Holger Gaudelaire und Röser Hartmut Flore daran will ich auch denken gut weil er hier ich würde nur auch und ins Leben und sich die Brüder und das ist er hier wo ich die Abteilung So, machen wir ein bisschen Omelette. Weil, hm, so. So, machen wir einfach alles. Ein Omelettchen hier essen und ich bin mir langsam drauf und denke, auch mal meinen Mittagessen. Naja, ich weiß es nicht. So, dann gehen wir mal hin. Jupp. So. Hm. Ich hab Platzverschwendung. Ja, die voll, aber, hm. Oh, und diese Sepp-Geschichte. Oh, gehört das denn? Ja, doch. Oh. Ich hatte natürlich auch Brille-Fielmann hier noch. Hab' noch fünf Schrottbrille hier übrig. Da kann ich ja mal... So, Brille-Fielmann. Da soll der Laden ruhig zusehen, wie er mit seinen kaputten Schrottbrillen hier um klarkommt. Quality-Sprinkler. Was braucht man eigentlich für Iridium-Sprinkler? Iridium-Bar. Aber da ist ja nicht nicht mehr zu machen. Ich hab das noch nicht mehr zu machen. Ich hab's die Karte. Also, kann ich alles tun. Leitling ein Kassel-Gübert und Pax Leitling Mariko Bolle war so natürlich die Anlieb alle Türen ich auch oft so wie sie kann die Kulte wie eine tolle Bücher wird ich bin noch nie dort gewesen wie mag sich das wohl anfühlen die ihr Bus der Bus driving in der Bus Aladadada Driving with a Bus driving in a Bus Bus Driver Bus Driver Bus Driver Korn Lünd Nö L er wie es ja mit den Geschenken gut versorgt Alium Nö das wird der Teil gut geschaut sie dieses Teil sieht sehr viel interessanter aus in diesem Regen die sich auch ja wird du mein Gloom du mein Gloom nicht Nein du mein höre du mein die es wurde der Teil gut